Herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel des Immobilienmillionärs. Wer bin ich? Was kann dieser Kanal und was ist drin für dich? Mein Name ist Dr. Florian Roski und ich investiere seit über 15 Jahren in Immobilien. Ich bin verbandsgeprüfter Bausachverständiger, Bestsellerautor, Hochschuldozent, Top-Consultant-Award-Gewinner, an über 10 Firmen beteiligt und meine Lebensmaxime ist, Nur wer vorlebt, kann erzählen. Ich selber arbeite als Immobilien- und Unternehmermentor. Was kann dieser Kanal? In diesem Kanal stelle ich praktisch dar, nicht theoretisch, praktisch und auf den Punkt, wie man von der Information über die Recherche, über den Immobilienerwerb, über die Finanzierung mit Immobilienvermögen aufbauen kann. Und dabei bin ich absoluter Verfechter des KISS-Prinzips Keep it simple and smart. Ich liebe die Praxis. Was ist drin für dich? Du kannst hier lernen, wie man von Immobilien-Einnahmen, von Mieten leben kann und das Leben leben, was du dir schon immer erträumt hast. Abonniere diesen Kanal, empfehle ihn Freunden weiter und vor allem lies meinen Bestseller das Einmaleins des Immobilien-Millionärs, denn er ist die Grundlage, der Schlüssel vom Verständnis, wie man mit der Investition im Immobilien ein schönes Vermögen aufbauen kann. Schön, dass du hier bist und ich bin gespannt auf deine Kommentare zu meinen Videos. Liebe Grüße aus Panama. Florian 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 Florian